Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug von Rockstar Games, und zwar der U-Bahn-Macht Cypher, wenn ich das überhaupt jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. In diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie viel das Auto kostet, wie das Tuning ist, ob sich der Kauf wirklich lohnt und vieles mehr. Auf einmal mit dem Video anfangen Leute, würde ich ja schon mal zu bitten einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so fast die lasteste Informationen rund um GTA Online. Also ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wo könnt ihr dieses schnieke Fahrzeug denn kaufen? Das Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport und der reguläre Preis ist 1.550.000 GTA Dollars. Außer ihr seid im Car-Meet-Level schon soweit Leute, dann kostet es nur noch 1.162.500 Dollar. Also circa 400.000 weniger. Gut, dann gucken wir doch einfach mal aufs Tuning. Also Leute, das Tuning hat mich tatsächlich sehr sehr begeistert. Das kann ich schon sofort sagen, denn das Auto hat viele Tuning-Teile und viele Tuning-Möglichkeiten. Was mir hier besonders gut gefallen hat, Leute, ist tatsächlich hier der Innenraum. Da der Innenraum generell sehr schön ist und man hier auch den Innenraum so gesehen aufschüllen kann, ohne den Innenraum komplett zu ersetzen, wie bei anderen Fahrzeugen. Also wenn man bei anderen Fahrzeugen damals den Innenraum zum sogenannten Rennauto umgetunt hatte, war der Innenraum komplett weg. Hier ist das nicht so. Hier sind die Instrumente in den Original-Innenraum eingebaut und das finde ich persönlich sehr sehr cool. Aussehen Leute, was mir hier sehr gefällt, sind natürlich auch die Bremsklötze in den Felgen drinnen, denn die könnt ihr umlackieren. Und zwar mit der Sekundärfarbe ändern sich hier auch die Farben der Bremsklötze. Das ist schon mal ein ganz nicer Touch. Aussehen Leute, was ich hier sagen muss, ist natürlich, dass das Fahrzeug sehr sehr viel Carbon von sich aus schon verbaut hat. Was persönlich mir, naja, ist okay, passt zum Auto, aber ich habe lieber Autos, die man komplett als lackiertes Auto hinstellen kann und nicht zur Hälfte Carbon. Aber gut Leute, es ist ja hier ein Rennauto und Carbon gehört ja auch irgendwie dazu. Aber gut Leute, was lässt sich denn hier jetzt sonst noch sagen über das Auto? Naja, das Auto gefällt mir optisch tatsächlich sehr. Was mir hier auch ein bisschen gefehlt hat, sind tatsächlich mehr Spoiler, da die Spoiler-Auswahl relativ gering ist, wie ich persönlich finde, aber ist ja auch eine reine Geschmackssache. Aber was mir trotzdem hier sehr sehr gut gefällt, ist ja auch hier die Front, da man hier tatsächlich an der Front sehr sehr viel umtunen kann, beziehungsweise die Teile auslöschen kann zu lackierten oder Carbon-Teilen. Also ihr könnt das Auto sehr sehr krass Carbon-lastig machen, wenn ihr das möchtet. Aber Leute, die Fragen da fragen, wie sieht das Auto denn gemerged aus mit Formel-1-Felgen und tadaa, das Auto habe ich natürlich schon gemerged, beziehungsweise gemoddet. Und Leute, so sieht das Fahrzeug halt aus. Und wenn ihr dieses Fahrzeug haben wollt, Leute, dann kommt auf meinen Discord-Server, denn ich veranstalte regelmäßig GIF-Cast-Do-Friend-Streams und dann habt ihr auch natürlich die Chance, dieses Auto oder andere Fahrzeuge aus dem DLC gemoddet zu bekommen. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, das war es schon rund um das neue Fahrzeug in GTA Online. Wenn euch das Video wirklich gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst von dem fetten Daumen nach oben lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute, euer Wommert. Ciao.